Du warst immer mit ganz viel Ehrgeiz dabei, aber was uns begeistert hat, du warst auch mit viel Spaß bei der Sache. Das war einfach toll zu beobachten. Dein Startgewicht bei uns, das waren 144,4 Kilogramm. Was wiegst du jetzt? Ja! Meike! 103,3 Kilogramm, das hast du 41,1 Kilo verloren. Wow! Jetzt ist es aber wichtig, denn ich habe es ja vorhin gesagt, es geht um die Prozente, und zwar aller drei Kandidaten. Sie holt jetzt die ersten Prozente. Wie viel sind das für das Team Rot, für das Team von Christine Theis? Es sind... 10,2 Prozent! Gut auf Stund, komm! Ganz, ganz wichtige, die ersten 10,2. Und jetzt ist Dominik dran. Du bist der Nächste. Auf geht's, mein Freund! Hau einen raus! Hoffentlich! Dominik, du bist bereit, auch dein letztes Wiegen steigt mit dir jetzt auf die Waage. Dominik, du hast bewiesen, dass du ein Athlet bist. Du bist endlich wieder auch ein Athlet auf dem Eis. Die Gegner beim Eishockey, sie zittern vor dir. Wir feiern dich heute Abend. Und du bist mit 153,5 Kilo zu uns gekommen. Was wiegst du jetzt? Und jetzt? Ja! Ja, ja! Jawoll! Dein neues Gewicht, dein neues Gewicht 111,9 Kilo, das heißt du hast 41,6 Kilogramm abgenommen. Wow, was bedeutet das für dich, was bedeutet das für das Team von Ramin, für das Team Grün, ihr liegt jetzt bei 9,54, wir haben hier ein hauchdünnes Ding, wir haben hier ein ganz enges Rennen, wow, also so haben wir uns es gewünscht hier in diesem Finale, der Trainer, er ist glücklich, er ist stolz, so soll es sein. Weiter geht's, für Team Rot, Fabienne, du bist dran. Fabienne, auf dem Weg zur Waage. Liebe Fabienne, auf geht's. Fabienne, eins haben wir heute gesehen, eins haben wir in den letzten Wochen gesehen, du kannst deine Emotionen nur schwer zurückhalten und genau das ist so wunderschön bei dir. Danke. Wie emotional wird das gleich, wenn du dein neues Gewicht erfährst? Äh, weiß ich nicht. Wir sind gespannt, genieß es, hier ist dein letztes Wiegen, du bist mit 139 Kilo zu uns gekommen. Ich mag es immer noch nicht. Fabienne, du wiegst 110,7 Kilogramm. Du hast 28,3 Kilo verloren, mach genau so weiter. Jetzt ist natürlich die wichtige Frage, was bedeutet das für euer Team? Ihr seid ja ganz, ganz knapp in Führung. Wo liegt ihr jetzt? Die Prozentzahl bezogen auf alle drei. 17,22. Sehr schön. Und wir machen weiter. Maja, du bist dran. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Maja, dein letztes Wiegen. Team Grün muss aufholen. Das weißt du. Ja. Ganz wichtiges Wiegen jetzt für euch. Ich kenne den Ehrgeiz von Ramin. Steigt bitte jetzt auf die Waage. Maja. Es war schön zu sehen, wie du in den letzten Wochen bei The Biggest Loser dein Selbstbewusstsein wiedergefunden hast. Wir sehen dein Strahlen. Wir sehen dein Lächeln. Wir sehen dein Weg. Du bist mit 156,2 Kilogramm zu uns gekommen. Was wiegst du jetzt? Maja, dein neues Gewicht 119,7 unter 120. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das wolltest du, ne? Das war das Ziel. Das wolltest du. Das hast du geschafft. Das heißt, du hast 36,5 Kilogramm abgenommen. Und jetzt schauen wir mal. Gerade wart ihr ein knappes Prozent dahinter. Wo steht Team Grün jetzt? Das Ranking? Hier geht in Führung. 17,91. Guck mal, wie glücklich er ist. Er führt. Er führt. Er ist happy. Es ist noch nicht vorbei. Aber das hast du ganz toll gemacht. Gestolz auf dich. Also hier wird gefeiert. Wir sind bereit. Martin. Na servas. Dieser Moment gehört dir. Auf geht's. Martin. Martin. Es ist nicht nur dein letztes Wiegen, es ist jetzt auch das letzte Wiegen für euer Team. Es kommt jetzt nur noch auf dich an. Ist dir klar, ne? Obwarten. Wir werden sehen. Schau mal. Steig bitte drauf. Ach so. Martin. Bei allem Schmäh, bei allem Quatsch, dem wir hier reden, bei allem Spaß. Du hast eins gezeigt. Und das hast du auf beeindruckende Art und Weise gezeigt. Du hast das richtig ernst genommen. By the Biggest Loser. Du hast das Training, du hast das Thema Ernährung ernst genommen. Und du hast mit deinen jungen Jahren eine neue Chance auf ein neues Leben. Und das hast du beeindruckend bis hierhin gezeigt. Absolut. Was sind deine Werte wert für dein Team? Du bist zu uns gekommen mit 119,5. Diese Ruhe. Boah, der muss einen raushauen. Genau. Guck mal auf. Dieser war jetzt so schlecht. Dieser war jetzt so schlecht. Martin. Dein neues Gewicht 91,4. Du hast 28,1 Kilo abgenommen. Hier bei uns By the Biggest Loser. Bravo. Danke, danke. Martin. Was bedeutet das jetzt für dein Team? Schau mal. Prozentual habt ihr zu dritt. Abgenommen. 24,19 Prozent. Und damit darfst du nicht zu uns kommen. Ich auch. Bravo. Wie fällt dein Kommentar dazu aus? Leimann, super. Leimann. Kann ja, ja. Besser geht immer aber. Absolut. Ich hab auf 30. Vollig wurscht. So. Reicht das für rot oder wird Betty hier für eine Sensation sorgen? Betty, auf geht's. Betty. Egal was du steht. Ich weiß. Das Ding ist, das ist so wie immer. Du willst diese Kohle aus dem Feuer holen, Betty in grün. Das ist so wie immer. Das ist einfach so wie immer, Betty. Ja. So, Betty. Dein letztes Wiegen. Jetzt entscheidet sich, wer hier gewinnt. Grün oder rot. Bitte steig drauf. Betty. Wir haben nicht nur deine Tochter kennengelernt. Wahnsinnig stolz. Auch Ramin hat es immer wieder gesagt, du warst und du bist sein ganzer Stolz. Das ist korrekt. Du hast gesagt, ich bin hier die Älteste gewesen. Egal wie alt, du bist ein Vorbild für ganz, ganz viele. Und das hast du wirklich toll gezeigt. Unser Kompliment. Dein Startgewicht 126,2. Wo stehst du jetzt? Ja! Yeah! Ja! Betti, dein neues Gewicht, 93,2, du hast 33 Kilo abgenommen, jetzt kommst du bitte zu uns unter einem riesengroßen Applaus. Denn die Entscheidung, die Entscheidung fällt jetzt, was bedeuten diese 33 Kilo fürs gesamte Ranking, wer gewinnt, Team Rot oder Team Grün? Für dich, Rami, für dich, nur für dich, Rami. Die Entscheidung. Komm. Die Entscheidung. Dankeschön. Vielen Dank.